Der 11. Sander Frühling hat am Sonntag seinen Namen alle Ehre gemacht. Die Sonne strahlte, die Temperaturen kletterten in den frühlingshaften Bereich. Und so herrschte auf der Gewerbeschau im Ortszentrum, schon vor der Eröffnung um 11 Uhr an, reger Lauf. Am Stand von Ilona Herz aus Neuenburg auf dem Marktplatz wurden selbstgekochte Marmeladen in unzähligen Geschmacksvarianten angeboten. Nebenan fanden Schalen und Formen aus Betonguss für den Garten regen Absatz. Kinderflohmarkt im Jugendzentrum, Kaffeepause im Evangelischen Gemeindehaus, Musik und Unterhaltung von der Bühne lockten den ganzen Tag die Besucher an.